Ein Tiger zeichnet sich auf für drei Stücke. Ach Mensch. Den schwarzen Tiger gibt es ja glaube ich nicht, aber in der Fantasie, hier in diesem Zoo. Im Kung Fu gibt es einen schwarzen Tiger. Kleiner weißer Tiger heißt die Zukunft und großer weißer Tiger die Vergangenheit. Gelb-Schwarz-Weiß Tiger ist normaler Tiger und schwarzer Tiger ist auch gemütend gewesen. Zeichnet sich aus durch fünf Schritte. Geek-Gee-Part. Der Gepard, der Leopard und der Jaguar. Der Panther und der Puma. Der Gepard. Der Ocelot. Der Gepard. 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 Der Gepard.